Hey Leute, hier ist Aldemar zurück mit Starsektor. So, ich hab mich mal ein bisschen ohne euch umgesehen. Ich bin noch zurück zur Basis geflogen. Ich hab auch, glaub ich, einmal Drogen noch nicht verkauft. So, folgendes. Und zwar hab ich jetzt auch mal alles mögliche eingelagert. Und ihr seht, jetzt haben wir Supplies, wir werden Benzin tonnenweise hier. Wir können das alles einfach rausnehmen. Ich hab zwar noch nicht so ganz verstanden, was damit passiert, wenn ich das jetzt rausnehme, weil da steht End of Month. Da sich wahrscheinlich, wird mir das dann einfach am Monatsnur abgezogen, vermute ich mal. Aber das ist super. Wir haben auf jeden Fall die Supplies schon mal ein bisschen aufgefüllt und so. Folgendermaßen. Ich hab jetzt mal geguckt, wie das hier so alles funktioniert. So ganz hab ich es noch nicht rausgefunden, aber wir können hier Produktion starten. Von den Blueprints, die wir gefunden haben. Ich wusste, dass es das gibt, aber wo, wusste ich nicht. Das ist einmal Doktrin und Blueprints. Und zwar sind das, äh, quasi können wir die Patrouillen quasi, äh, ausrüsten oder wie die auszusehen haben. Von unserer Fraktion, vermute ich mal. Wir haben hier Hightech, äh, Fury, Shrike, äh, Buffalo, Wolf. Aber was ich nicht verstehe, ist, äh, da oben ist das irgendwie nicht... Regenerate? Ah, so ist es drin. Okay. Glaub ich. Wenn schon noch rein. Regenerate. Ich verstehe nicht so ganz, wie das, äh, zustande kommt. Keine Ahnung. Aber, äh, irgendwie so. Ja, ich werd das noch... Da hab ich mich jetzt nicht mit auseinandergesetzt. Ich geh mal zu... Wenn ich da wieder hingehe. Äh, putting Blueprints into production requires a colony with heavy industry. Ich glaub, wir haben heavy industry, ne? Na, wie auch immer. Dann haben wir hier auch Fighter, wir haben Weapons, wir können die bauen und dann, äh, quasi, ja, äh, äh, ja, bauen. Äh, das geh ich hier nochmal hier raus. Reset. Custom Production. View Blueprints. Und jetzt können wir hier quasi sagen, wir können eine Venture bauen. Die haben wir jetzt hier erobert. Hätte ich auch hier bauen können. Wär ich billiger davon gekommen. Äh, das geht auch. Ich mein, es müsste gehen. Das Ding ist, ich hab jetzt nur zu wenig Geld, um das zu machen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo das geht. Und das ist auf jeden Fall super. Weapons können wir hier auch bauen. Das Ding ist, ich hab jetzt nochmal geguckt, wegen dem Waffenausrüsten. Ähm, Waffen, die für, äh, zum Beispiel Hammerhead sehr empfohlen wirkt, das sind Mauler. Nicht Mortars. Das sind Mauler. Und es sind, äh, Autocannons. Aber nicht die Mark, äh, äh, neun Autocannons hier oben. Sondern andere Autocannons. Die hab ich aber noch nicht. Aber es soll auch sehr scheiße sein. Tatsächlich haben wir die, die empfohlen werden, noch gar nicht. Also wir müssen auf jeden Fall Ausschau halten und weitermachen. Wenn wir so ein Standard-Equipment ein bisschen mehr Blueprints finden. Hier haben wir, das cool ist, hier haben wir andere, äh, Drohnen und Bomber. Hier ist Daggerwing und Warspwing. Und ich wollte mal gucken, ob wir einfach mal davon welche bauen. 30.000, ob das überhaupt geht. Ja. Äh, Total Value Production Capacity per Month. Null. Wahrscheinlich können wir auch gar nichts machen. Ja, das war's. Ich guck mal, ob daraus was wird. Weil es wäre schon geil, wenn wir die in die Bomber klatschen können. Es sei denn, das sind nur welche, die man in die Hauptflotte packt. Also gar keine, äh, Hangar Bay, was auch immer. Sondern einfach nur die Dinger, die in der Flotte mit rumfliegen. So, wie auch immer. Ich hab gesagt, wir fliegen mal zur Akademie. Äh, wir haben so viel zu tun. Ich glaub, ich mach nochmal die Exploration aus, weil das ist ein bisschen nervig. Die sind im Arcadia-System. Wir fliegen einfach mal hin und nimm mal die Quest an. Komm, was du wolle. Ja. Das muss jetzt sein, sonst rede ich die ganze Zeit davon und das nervt. Ach ja, hier, Sprit hab ich voll gemacht. Jetzt mal gucken, wie viel Geld ich, äh, verliere. Also, wir müssen auf jeden Fall Drogen bauen, ja. Drogen und, äh, schwere Waffen. Pirate-Based Bounty expired. Das ist egal. So weiter geht's. Ja, ist schön. Also, ich werd immer, immer klüger. Und nicht vergessen, dass meine, eigentlich wirklich meine erste Runde, das, was ich damals mal gespielt habe, ist Blödsinn. Das sind nicht mehr als drei Spielstunden gewesen. Und das ist bei dem Spiel ja gar nichts. Nichts. So, Full Speed. Ja, ich glaube, wie gesagt, also, wir gehen nochmal einen Tanker runter, damit wir, damit nicht die ganze Flotte leidet. Na, am Anfang kommt 5.000. Production Re-re-production Report. Ah. Äh, no production work has done this month due to a lack of funds. Oh. Äh, das heißt also, dass, dass Wop irgendwas braucht. Ja, es war ja eine Vermutung, dass es nicht geht. Wir werden es sehen, ja. 4,6. 4,57 per Day. Hat er es hier mal schon mal gefunden? Oh, der Tag verstreicht. Ach, da oben! Da ist immer mein Aufnahmeding vor, als ich es mal. Aha. Und. Blam. Ein Tag vorbei. Okay, gut zu wissen. So, wir wollen direkt zu dieser Akademie. Kann ich da drauf drücken? Nee. Ich glaube, wir gehen mal nach da unten. Ich glaube, das war... Oder was haben wir denn da? Egal, gehen wir mal da hin. Oder hier, ist ja auch egal. Ich meine, es war hier. Ich habe es halt schon wieder... Citadel-Hegemonie. Repair, Shuttle, Military Options, kommen. Portmaster Basics... Nee, es ist eine Research Station. Und die gehört, glaube ich, niemandem. War das da? Oder ich habe es total verkackt. Warte mal, habe ich nicht geg... Nee, es war Persen League, ne? Man, wo war denn jetzt diese blöde Forschungsstation? Nee, das ist hier nicht. Nee, ich trottel. Wo ist die denn? Warte mal, wir müssen mal gerade gucken. Haben wir vielleicht irgendwas, was ich gebrauchen kann? Oh, guck mal. Ich glaube, ich bleibe wieder bei schweren Waffen oder so. Was haben wir denn hier? Haben wir hier auch Blueprints? Das sind alles Mods, Bags. Darum kümmern wir uns dann auch noch. Guck mal hier. Longbow-LPC. Hightech. Fast equipped with a shield generator. Longbow-Job is deployed. Kinetic severed missile. From range. Und das ist jetzt Blueprint, ne? Thunder-LPC. Makeshift shield generator. Mods back. Äh, heavy autocannon. Hier ist sie doch. Die habe ich gesucht. Vier Stück, bam. Kaufen auf jeden Fall. Und hier ist ein High-Intensity-Laser. Das klingt auch ganz nett. Äh, laser. Laser. Light-Duel-Auto-Cans. Von so ein paar normaler Auto-Cans nehmen wir auch mal mit. Okay. Das fand ich bestimmt scheiße, dass ich das gemacht habe. Egal. So, jetzt suchen wir nochmal. Mann, ich meine aber... Ach, Galatia-System. Galatia-Academy. Ich trottel. Falsche Station. Falsche Station. Falsche Station. Yeah. Ich weiß, ich kann rausspringen machen. Das ist aber auf Standard. So, das ist schon mal. Sehr gut. Warte mal. Refit. Wir gucken jetzt direkt mal. Also. Da kosten nämlich 10 Punkte. Alles weg. So, heavy autocannon. Heavy autocannon. Guck mal, die sind richtig geil, ne? Das ist ein richtiges Schiffs-Autokanon. So, was man dann sonst da reinmachen soll, weiß ich auch nicht. Ich mach einfach mal zwei Harpunen da rein. Das geht gar nicht. Kann ich irgendwas modden oder so, damit ich mehr Platz habe? Convert, Hangar, Blastors. Ähm. Geh mal davon weg. Safety Overrides. Disable safety protocol and increases the ship's top speed in combat. Ist bestimmt auch nicht schlecht. Reinforce bulkheads. Hardening subsystems. Increase peak operating time. Package reduces the chance to missile launch by the ship to be affected by electronic countermeasures. Ich glaube, ich geh mal auf manövriert. Oh, hier haben wir. Increase the durability of all weapons. Ne. Okay, wir gehen mal auf safety overrides und wir gehen auf auxiliary trusses. Das geht nicht. Dann geh mal auf. Increase the ship flux capacity. Machen wir mal lieber so. Ja. Dann können wir auch arbeiten. Okay. Es tut mir leid. Ähm. Jetzt die Frage. Gut, dann müssen wir hier mal gucken, was wir da rein tun. Ich meine, einsam müssen wir da rein tun. Irgendwas, was richtig billig ist. Können wir nur eine Harpune rein machen Vielleicht können wir so Yeah, Harpune Midrange wäre vielleicht noch geiler Wollen wir erstmal so Okay, was kommt mit hier rein? Jetzt haben wir nicht genug hier Das ist natürlich echt blöd Wie viele Mountpunkte habe ich denn noch? Ich habe gar nichts mehr Vier, boah, wir müssen hier echt mal Alter, ich würde schon echt gerne wissen, wie die so sind Komm, wir machen mal gerade Ich will ja mal wissen, wie die sind, ey Ja, komm Wir müssen das Schiff hier nicht komplett ausrüsten Ich meine Ah, die Dinger sind das Ja, hört sich ein bisschen langweilig an Aber ich glaube, die rocken ziemlich gut Guck mal Geil Ja, die Reichweite könnte höher sein Auto wieder an Jo, das geht gut Okay, gut, alles klar Ich glaube, damit können wir wirklich besser arbeiten Ähm, aber Wir gehen erstmal zurück zu unserem Standardlayout Bis wir nochmal zu Hause sind Ich könnte aber auch Bei dem hier gucken Aber das ist ein 5er OP Mein Gott Die Autocans sind echt teuer Wie sieht es denn hier aus? Anti-Matter-Blaster habe ich da Stimmt, hätte ich glaube ich da reingetan Geht gar nicht anders Egal, Anti-Materie Anti-Materie-Blaster Wenn es sonst nichts ist Egal Anti-Materie Ah Wursch Prisma-Nebula-Sahara-Nebula Warum ist die so rot eigentlich? Guck mal, wie groß das ist Es könnte aber noch größer sein, oder? Ne, es ist schon groß genug Alter So, auf zur Akademie Langweilig Es klingt halt nach Langeweile Akademie Ich meine, kommt So Forscherlappen Oh, du musst da hingehen Und das scannen Oh, nenn sie mich so klug Äh, 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 äh Äh Ähm Was war der hier, ne? Available Jobs Ask to the scientific object Retrieval mission Ask about transporting scientists To retrieval mission Accept Ask about transporting scientists To the research outposts Surara Machen wir beides Accept Alter, meine Güte Der legt Artefakt recovery Accepted Accept Cut, komm links So, was mit diesem Pro Was müssen wir das vielleicht bei dem machen? Ne, bei dem geht gar nichts Alles klar, so Wir haben zwei Missionen Einmal die hier Und einmal da Es ist beides da oben Und da müssen wir auch hin Okay, warte mal Given my academy Go to Ultima Kowal Drop off as Ultima scientist At the outpost Located there Den haben wir die bestimmt schon an Bord Tutorial fascination Low powered field projector From a derelict ship located Okay So, okay Ich glaube wir fliegen nochmal nach Hause Und Nimm nochmal ein bisschen mehr Supplies an Bord Glaube ich Das wäre eine gute Idee Wir halten aber nochmal hier an Obwohl, da ist eine Mining Station Komm, wir gehen mal da hin Was haben wir denn hier? Oh De Bres Ich habe gesehen Viele von euch spielen jetzt auch bei mir in der Community Also Planeten scannen Ist äußerst lukrativ Ist genauso wie Natürlich weiterhin Schlachten aus Ausbeuten Schlachten ausbeuten Das klingt zu toll, oder? Ähm Ich würde mal gerne sehen Wie ein Mauler aussieht Hammerclass Torpedo Anulator Rocket Bla bla Ne Das müssen wir jetzt immer die Augen offen halten Hier 100 Credits Komm auch hier kaufen nochmal Ähm Günstiger Sprit Nimm mir mit Ja Dann können wir auch direkt von hier aus los Glaube ich Das behalten wir mal Platz haben wir genug Jetzt gucken wir mal Wie sieht es denn aus auf der Karte? Wie weit können wir denn? Guck mal Wir können mehr als hin und zurück Äh Costed Fuel Da steht aber nicht wie viel Es an Supplies kostet Also da bin ich mir überhaupt nicht sicher Weil 682 Ist wenig, oder? Ich meine Guck mal Jetzt verbrauchen wir nur 2,1 per Day Weil alles repariert ist Das ist natürlich auch super, ne? Wollen die denn jetzt von mir? Hau bloß ab Verschwindet 105 Nimm mir auch mit Okay, was haben wir denn hier? Ne? Was ist das? Das ist der Tampa Ich finde die cool, ne? Immer noch Harpun Harpun sollen wohl gut sein Ich das richtig verstanden habe Mortar Okay, wir haben noch keine Mauler gefunden Heavy Armer Mods back Extended Shield Mods back Und Broad Sword LPC Deluxe To the Max Dann nennen wir nochmal ein paar mit Jetzt habe ich nur noch 100.000 Devastator Cannon Guck mal, das sieht gut aus Nehmen wir auch mal mit Warte, eine Entschuldigung Eine Devastator Cannon Large So was haben wir glaube ich gar nicht für Platz Was ist das hier? Hepatite Assault Gun Hepatitis Typhoon Repeater Launcher Mining Laser Heavy Machine Gun Oh Mann ey, das klingt auch gut Okay, ähm Ich glaube bevor wir los müssen, müssen wir noch ein bisschen dealen Ne? Und das ist so ein bisschen Guck mal, das ist gar nicht so Gar nicht so Ich glaube wir fliegen aber lieber zum Asconia System Im Hybrasil Oh ne, wir gehen erstmal kaufen im Hybrasil Ja, wir haben die Mission angenommen von der Akademie Die ist schon endlich, ne? Da gibt es kein Limit Also gibt es jetzt erstmal ins Hybrasil System Da kaufen wir gut ein Weil unsere Freunde wissen, was gut ist Was will er zu uns? Ja, man kann es ruhig machen, kein Problem Suspicious Cargo found Aber was? Prepare to receive a boarding party We will conduct a very Thorough hands and inspection You consider a very likely inspector Will do some small but Comply and compare an inspection Complying as you are half expected Several of your ship report minor But painful losses of operational capacity Fortunately, inspectors seem to be more interested in causing accident Die Schweine, die haben Unfälle auf meinen Schiffen verursacht Weil die wussten, ich habe am Schwarzmarkt eingekauft Also arschlicher, oder? Was fällt euch ein? Ich bin ein ungescholtener Bürger Ich bin... Wie können sie es fragen? Gott, diese kriminellen Autoritäten Sie zwingen mich dazu Zu schmuggeln Um ehrenwerte Bürger Das leben noch Das ist ein freies Universum Ich kann machen, was ich will Ich brauche weiterhin überzeugende Argumente irgendwie Ich muss mir das aus den Fingern saugen Wir werden das schon schaffen Hostilities Ludic Church Tritachion Tachin Tach I On Tachion Tachion Tachionen sind so gut Tachionen Soll ich mal auf die nächsten Monatseinkommen Deric Ship Ne, lassen wir erst mal Erstmal gibt es noch einen, einen, ne? Einen Deal Ich habe überlegt, ob ich die Deals einfach mal ohne euch mache, aber Guck mal, da halten wir mal kurz an Pirate Trade Schmuggler Join the battle Okay, komm wir helfen Ihnen Das ist doch eine gute Idee Kommst du ein bisschen bei den neutralen Einschmuggler Schleim Ich nehme mal nur mein Schiff mit Den Rest schaffen die, glaube ich, alleine Oh Mist, ich habe, glaube ich Ich muss wieder Autofeier anmachen Wie schaffen die das jetzt? Scheiße, jetzt habe ich die Tampas und Einzelne Das ist natürlich blöd Oh, jetzt geht es schon los Jo, das machen die auch nur Boah, geil Guck mal, wieder die Oh, dann vier Raketen für den einen Das war ja No Wackel Dann da hoch Ich mache das nur für die Reputation Wow, ich meine Das sieht so geil aus Oh, da gehen noch mehr Raketen los Das ist gut Auf eine Ah, das sind die Antriebsraketen, die ich geholt habe Das war's Gott sei Dank bin ich gekommen Gott sei Dank Ah, Independent Proof bei 1 Ja, immerhin, ne? Keine Sorge, ich bin der Beste Auf nach Brasil Auf nach Persil Etchobres Ach, ich habe noch mal Geld bekommen Für Piratenklatschen Ja Also das mit dem Raiden Den müssen wir uns auch mal anschließen Als nächstes Unter anderem Aber erstmal machen wir jetzt Mal die ersten Akademie-Quests Wenn wir das können Okay Wie sieht's hier aus? 512 Die billigsten gibt's bei Isara Bei den Piraten Und verkaufen können wir die Momentan für 1200 Also In Kumari Kandam Wenn wir jetzt 82 verkaufen Machen wir immer noch Doppelten Gewinn Dann machen wir das vielleicht So Drogen Gibt's ja immer hier Schön günstig Können wir auch bei Algebra verkaufen So Verkaufen wir das mal Gibt's nochmal Dann haben wir nochmal ein bisschen Platz Ich wollte sagen Geld Aber es ist ja gar nicht so Okay Gut Also geht's Nach Kumari Kandam Ich glaube zuerst Kumari Kandam Und Algebra Erstmal für die Waffen Kamori Kandam Aber Algebra ist Ist ja drunter Machen wir erstmal Kamori Kambi Bumbi Pummelimumli Wo schon weg Ich will irgendwie schneller machen Okay wir haben Plus gemacht 32.000 Jo damit können wir auf jeden Fall Wir machen jetzt diesen einen Deal Ich sag nicht ich verspreche es Aber Ich würde gerne Danach wirklich mal In den Nordosten da oben fliehen In Nordwesten Es gibt kein Norden und Westen Aber gehen wir davon aus Dass die Galaxie flach wäre Was ja irgendwie so ein bisschen ist Von ihrem Wirbel aus und so Und sagen Dass Eine bestimmte Richtung Norden ist Dann haben wir unsere Händelsrichtungen Und es gibt auch von der Sonne weg Zum Zentrum hin Und zu Zentrum weg So habe ich das mal gelernt Also man kann tatsächlich Ein Sternensystem Auf eine Auf eine Karte legen Es ist ja nicht alles Oben und unten Es fliegt Es fliegt ja Oder ich bin mal lieber ruhig Ich bin ruhig Ich beende lieber das Thema Bevor es noch schlimmer wird Scheiße wer will denn Und die das Channel London Ja was sollte mich untersuchen Ich glaube die sind sowieso hostile Kann ich auch meinen Aber hier sind auch die Lappen Das ist die Frage Ob die irgendwas von mir wollen Wir machen es jetzt mal aus Und gucken was passiert Kummeli Ich meine wir sind hostile Mit den Ludic Church Und wenn wir welche davon platt machen Kriegen wir Kohle Und wenn wir das tun Bin ich glücklich Und wir sind alle glücklich Was ist das denn da unten Das ist aber nicht mehr Ludic Lappen Oder doch Beholder Station Hö Ich meine ich könnte das einnehmen oder Was haben wir denn hier Nix Hier ist gar keiner Ne halt Wir sind doch gar nicht richtig Doch sind wir Geht doch Ne Ne Machen wir kein Plus Was ist das denn hier eigentlich Luxusgüter Oh guck mal Ich will auch nochmal ein Hohleteil gewinnen Haben wir noch andere Sachen Ich habe mir das andere Zeug Hurricane Milf Launcher Heavy Machine Gun Sollen wir nochmal ein paar Waffen kaufen Brauche ich denn die Charge Ionenkanon Harpoon Double Hammer Class Torpedo Wie viel Platz habe ich noch Ich habe noch genug Platz Sollen wir hiervon was mitnehmen Ne ist sehr teuer Ähm Hellborn Cannon Hammer Barrage Geil Ich will Die alle noch gar nicht Ja aber ich fühle mich gut Ja was das hier gut macht Ich bin nicht mehr so hoffnungslos Jetzt will ich mal gucken was das da unten ist Aber Schiffe sind irgendwie gar nicht mehr von denen Vielleicht sind die auch weg Install Common Sniffer Take Control Oh nein Ich könnte auch salvage Break it for salvage Ne Was bringt das denn so Sollen wir uns mal gucken Na es bringt doch gar nichts Lief Sollen wir wissen was das da unten ist Aua Was war das? Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Original research platform established by the domain Explorium Funding was only ever trickled bla bla Trickly trockly Wir trotzdem wissen was das ist The landing bay is filled with parties of ludic pilgrims The restoration and we have a meeting with subcreds and that looks Achso guck mal hier das ist irgendwie so ein Das ist irgendwie so ein Pilgerplatz von diesen Freaks Ich weiß nicht wie ich sie sonst nennen soll So was ist das hier? Ich will mal gucken Wer seid ihr jetzt? Warum fliegt ihr rum? Seid ihr was? Guck mal die haben zwei Hammerheads Es sind sogar die Typen Pass auf die greifen jetzt noch an Pursue them Guck mal zwei Hammerheads Oh man ey Take command So Dann machen wir jetzt noch mit Full is sold Los geht's Warum die abhauen ey Das gibt's doch nicht Ich müsste jetzt schnell sein Ach scheiß ich wollte doch nicht die Ich habe mich direkt ein paar mal getroffen Wir gehen mal direkt weiter Gas geben Wenn die die da Okay die wollen mich wirklich angreifen Das ist natürlich Ne sie fliegen wirklich rückwärts Aber den krieg ich Ich gehe mal gerade auf Distanz Oh 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 man Hättest du nicht schießen können Du blöder Tampa Aber es ist Gott sei Dank nochmal gut gegangen Ach guck mal Hier wird gestört Ja da kommt ein Rad Ein Rad das Schiff Ja Ich muss jetzt wieder ein bisschen Flux aufbauen hier Äh abbauen mein ich Explosion Wunderschöne Explosion Das war's ne Ne Dankeschön Gut Komm dann fliegen wir jetzt mal los Wir sind mehr als ready So wo sollen wir hin Nach Kriegen wir jetzt mal nach da Und da haben wir noch Ne Blueprint Machen wir vielleicht so Wir werden es sehen Los geht's Auf In die Auf zu Reise Bis zu der Endlichkeit Und so Halt warte Sollen wir uns mal kurz reparieren Ich glaube es wäre noch ganz gut Nein Wir müssen nur mal ganz kurz gucken Wie wir ihn reparieren Das ist doch schon wichtig Weil wir verlieren gerade sehr viel Nein wir können ja anlassen Ist ja egal Ja genau da will ich hin Reparieren wegen den Supplies Geht aber schon runter Vielleicht finden wir da mal ein paar günstige Es geht zu schnell runter Also Ich weiß nicht ob ich die Reise so überlebe Wenn es so bleibt schon Ach ich wollte doch noch Ach wir müssen doch noch die Sachen verkaufen Entschuldigung Soll ich die mal schnell hier verkaufen Ne ist mir auch blöd Schnell die Drogen verkaufen Ich hab's vergessen Nach Algebra Das tut mir ja so Hoho leid Und repariert hab ich vergessen Nein Dann machen wir es im Algebra System Das geht auch Alles gut Mann ey Kann ich denn nicht einmal organisierter sein Ach du Scheiße Huuu Also wenn ich die neuen Kanonen drin hätte Und so Dann vielleicht Oder ich mein neues Flaggschiff mal hätte Aber noch nicht So nicht Freundchen Gibt's denn noch so viel dafür Warte mal Ich will noch einmal jetzt gucken Ob wir überhaupt Drei Nicht Algebra Doch Algebra Ne Ich weiß es nicht mehr Wann müssen wir denn so weit außen Sein Ja Na ja Peanuts Penutten Okay Wie viel wäre das 51.000 Das wird schon gehen Oder Auf geht's So jetzt machen wir es aber Wir können aber bei Western Nässe noch halt machen Ne das ist Person League Dann nicht Person League Person League Oh Mann So jetzt aber Auf zur Reise Und noch viel weiter Wird er es tun Oder auch nicht Guck mal Wenn es bei minus 2,1 A day bleibt Ist alles gut Mann ich will ein Reparaturschiff haben Ein autonomes Leute Ich hab jetzt die Zeit Mal im Blick Wir sehen uns wieder Nächste Folge Beim wunderschönen Äh Allseits beliebten Star Sektor Bis dahin wie immer Haut rein Leute Kohle Ae 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 Untertitelung des ZDF, 2020